Vielleicht sitzt du gerade dabei, deinen Businessplan zu schreiben oder du wirst in Kürze anfangen. Und vielleicht musst du ihn auch schreiben für die Bank, für die Arbeitsagentur, Jobcenter oder für Investoren. Aber in diesem Video zeige ich dir, was der tatsächlich wichtigste Grund ist, einen Businessplan zu schreiben. Denn letztendlich ist er deine Landkarte zu deinem Erfolg. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group, sondern auch viele andere Unternehmen. Und seit über 20 Jahren begleite ich nebenbei auch Gründer, Unternehmer dabei zu wachsen, zu gründen und auch ihr Unternehmen zu verkaufen. Und das Interessante ist, dass die meisten das Thema Businessplan als eine Art Belastung empfinden. Und ich zeige dir heute, dass es tatsächlich etwas Gutes für dich ist, dass dort Chancen verborgen liegen und dass hier auch das Geheimnis verborgen liegt, weshalb die einen erfolgreich wären und die anderen nicht. Ich lade dich ein, die ganzen Muster und Vorlagen, Strukturen, die du vielleicht kennst und dir runtergeladen hast, zu vergessen beiseite zu packen und den wahren Zweck dahinter mit mir gemeinsam zu erkunden. Du siehst hier ein Entwicklungsgebiet mit insgesamt sieben wichtigen Stufen. Und du entscheidest ganz alleine, über welchen Weg du diese sieben Schwellen oder Stufen auch überschreiten wirst. Und der erste wichtige Punkt in deinem Unternehmenskonzept ist das MVP. Wofür steht nun das MVP? Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel aus den vielen Anrufen, die uns erreichen, wo Menschen uns anrufen und sagen, Herr Schäfer, können Sie mir helfen? Ich habe eine tolle Idee, aber ich habe noch kein fertiges Produkt. Es soll ein tolles Produkt, ein tolles Portal, eine tolle App werden, aber es ist nichts da. Bitte besorgen Sie mir Geld. Beim MVP geht es darum, dass du eine erste Lösung fertig hast, um das zu demonstrieren, am Markt zu testen. Deshalb heißt es auch Minimum Viable Product. Wenn du beispielsweise eine App entwickeln willst, dann brauchst du die gesamte App nicht fertigzustellen, um an den Markt zu treten oder Finanzierer oder Investoren zu finden. Aber du solltest eine erste Anwendungsmöglichkeit fertig haben. Auch wenn du ein Portal oder eine fertige Produktlöser entwickeln willst, muss nicht alles fertig sein. Aber es muss ausreichend sein, um den Investor oder den Finanzierungsmittelgeber davon zu überzeugen, dass das tatsächlich ein Produkt ist und du auch übergehen kannst in Phase 2. In der zweiten Phase hast du nun eine erste Produktlösung fertig. Also ein Modul deiner App ist fertig oder eine erste Portalprogrammierung fertig oder hast einen ersten Prototypen und kannst nun an den Markt herantreten, um mit dem potenziellen Kunden zu testen, wie die darauf reagieren. Und erst wenn du diese Test- und Erforschungsphase abgeschlossen hast und die Ergebnisse deiner Untersuchung am Markt mit deiner ersten Produktlösung positiv ausgefallen ist, erst dann verlässt du die sogenannte Seed-Phase und planst den Markteintritt. Und zwar mit allen verbundenen Kosten, mit allen verbundenen Gründungskosten, mit allen verbundenen Investitionen und vor allen Dingen mit der Reserve, um die Phase 4 zu erreichen. Es gibt ganz, ganz wenig Unternehmen, die in der Phase 4 heute starten und auch schon morgen kostendeckend sind. In der Regel dauert es Wochen, Monate und bei großen Unternehmen auch ein, zwei Jahre. Erinnere dich, wie lange Amazon und Zalando noch nicht kostendeckend waren. Da sprechen wir von 4, 5, 6 oder 7 Jahren. Das bedeutet also, dass du bereits bei deiner Markteintrittsplanung auch in der Betriebs- oder Liquiditätsreserve berücksichtigst, wie lange du sehr wahrscheinlich brauchen wirst, um die Gewinnschwelle zu durchschreiten, also den Break-Even zu erreichen. Und das können 5.000 Euro sein, wenn du im Home-Office arbeitest. Wenn du aber Mitarbeiter und festes Büro hast, dann können es auch schnell mal 10, 20, 30, 40 oder 50.000 Euro sein. Und wenn du dann noch Lager vorhalten musst, wenn du vielleicht noch Fahrzeuge hast und vielleicht noch einen großen Standort eröffnen musst, der noch eingelaufen werden will, dann kann es auch schon mal 100.000 oder 200.000 Euro sein, die du brauchst, um den Break-Even zu erreichen. Und wenn du diese vierte Schwelle erreicht hast, dass das Unternehmen sich trägt, heißt das noch lange nicht, dass das Unternehmen auch deine Kosten trägt. Denn wenn du einen Namen planst von 2, 3, 4, 5.000 oder mehr Euro pro Monat, dann muss das Unternehmen nach allen Kosten, die abgezogen worden sind, nach allen betrieblichen Steuern möglicherweise, deinen Unternehmerlohn noch tragen. Und das können 50.000, 60.000, 80.000 Euro sein. Das muss dein Unternehmen zusätzlich noch abwerfen. Und der sechste Schritt, der klingt für dich vielleicht noch weit entfernt oder überhaupt erstmal nicht real, nämlich das Thema Exit. Was planst du? Planst du das Unternehmen nach 5, 10 oder 15 Jahren zu verkaufen oder willst du vorher schon Anteile an Investoren verkaufen, um schneller zu skalieren? Oder willst du das Unternehmen 10, 20, 30 Jahre führen und dann innerhalb deiner Familie oder deiner Mitarbeiter weitergeben, um vom Erlös schließlich auch leben zu können? Du wirst sehr wahrscheinlich nicht die nächsten ein oder 200 Jahre deine Firma führen wollen, abgesehen davon, dass du viel früher wahrscheinlich in Rente treten willst. Das bedeutet also schon von Anfang an, dir Gedanken zu machen, was mit deinem Unternehmen geschehen soll. Willst du noch 5 oder 10 Jahre einen Investor reinholen? Willst du schließlich später das Unternehmen an deine Erbfolgen weitergeben? Oder willst du es innerhalb der Mitarbeiter in das Team geben? Oder planst du schließlich an die Börse zu gehen und Aktien auszugeben? All das ist in der Exit-Strategie mit berücksichtigt und von anscheinender Bedeutung auch heute schon für die Wahl deiner Rechtsform. Da wir bei der X-Group nicht nur Gründer oder Start-up-Unternehmen oder junge Unternehmen begleiten, sondern auch die älteren Unternehmen oder sogar Betriebsübergaben, wissen wir, was die häufigen Probleme sind von vielen, die 20, 30 Jahre ein Unternehmen aufgebaut haben, erfolgreich aufgebaut haben, aber nicht loslassen können. Häufig ist es so, dass es ihnen an dem Plan danach fehlt. Das heißt, mach dir jetzt auch schon Gedanken, wenn du deine Firma aufgebaut hast, erfolgreich verkauft hast, was du danach machen willst. Nicht nur mit dem Geld, sondern vor allen Dingen mit deiner Zeit. Zusammengefasst hast du also sieben verschiedene Stufen oder Schwellen, die es zu überschreiten gilt. Und deine Aufgabe als Gründer, als Unternehmer ist es, selbst festzulegen, über welchen Weg du diese Stufen überschreiten willst. Der eine Gründer oder Unternehmer wählt den Weg über die Dienstleistung, der nächste über den Handel, ein anderer Produkt oder digitale Lösung. Das ist völlig egal, in welchem Feld, in welchem Gebiet du unterwegs bist. Entscheidend ist nur, dass du eine Landkarte hast, wo du erkennst, ah, jetzt bin ich hier, kann ich abhaken, jetzt bin ich hier, kann ich abhaken, jetzt bin ich hier, kann ich abhaken und du Schritt für Schritt Kursziel und vor allen Dingen auf dem Weg bleibst. Was bedeutet das zusammengefasst? Dein Businessplan ist kein Textwerk, kein Zahlenwerk, was du einmal vorzeigst, um Fördermittel zu bekommen oder irgendwelche anderen Zuschüsse, Subventionen und dann in die Ecke legst, sondern der Businessplan ist eine Landkarte, die du selbst zeichnest. Diese Landkarte in Form deines Businessplans wird es so nie wieder auf der Welt geben. Und vor allen Dingen sei dir bewusst, dass du in den nächsten Jahren innerhalb deiner Landkarte in deinem Gebiet unterwegs bist. Und wenn da Fehler sind, dann trifft es nicht andere zuerst, sondern zuerst dich. Wenn du also nicht in 6, 12 oder 24 Monaten dich hoffnungslos verirrt haben willst und vielleicht am Verhungern oder Verdosten bist, also die Mittel, die ausgehen und die Kunden noch nicht gewonnen sind, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von der Unterstützung, die am Markt vorhanden ist. Unter anderem bieten wir auch ein kostenfreies Erstgespräch an, um den besten Businessplan und die beste Methodik auch für dich zu entwickeln. Zusätzlich haben wir noch Berater, über 30 an der Zahl, die bundesweit auch über digitale Konferenzen mit dir gemeinsam den Businessplan erstellen. Deshalb vereinbare noch heute ein kostenfreies Erstgespräch, um den Rahmen abzustecken, wie und wo wir dich begleiten können. Entweder du hast noch gar kein Konzept fertig, dann haben wir fertige Muster und Konzepte und Strukturen, die dann für dich angepasst und weiterentwickelt werden. Oder du bist schon mit deinem Unternehmen unterwegs und brauchst eine Wachstumsfinanzierung. Auch dafür haben wir gute Berater, gute Templates, die wir mit dir gemeinsam so entwickeln, dass du eine perfekte Landkarte für deine Zukunft zur Verfügung hast. Und vielleicht erkennst du ja zum Abschluss auch, wie wenig sinnvoll es ist, von irgendeinem Freund oder Kumpel oder Nachbar oder aus dem Internet einen fertigen Businessplan runterzuladen und den für dich anzuwenden, nur um etwas abzugeben. Denn dieser Plan hat nichts mit dir zu tun. Und der kundige Leser bei der Bank oder bei der Agentur für Arbeit, der wird es dir schauen, dass das nicht deiner ist und dass er nicht wirklich einsatzfähig ist. Du brauchst einen einsatzfähigen Businessplan für dein Jetzt, für deine Zukunft, für deine Ziele. Und den Plan, wenn er auf dich fertig angepasst ist, gibt es genau einmal. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann lade ich dich ein, jetzt auch Daumen hoch zu machen, den Kanal zu abonnieren, uns weiterhin zu empfehlen und vor allen Dingen jetzt das kostenfreie Erstgespräch zu vereinbaren. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.